Ich habe viele Schwierigkeiten und viele Kritiken. Es ist ein guter Gefühl, wenn ich gesagt habe, ob es ein richtiges W war. Es ist ein guter Gefühl, dass es nicht unerkannt wird und es auch dem Land einen großen Benefis bringt. Mit der Universität gibt es einen Platz auf einem Land, wo wir bis jetzt nicht drüber fahren. Die Universität gibt es Relationen. Es gibt eine Möglichkeit für alle Wüste, die heute zu schaffen. Nachdem man viel an die Recherche investiert, muss die Universität natürlich auch eng mit der Recherche verknüpft sein. In diesem Sinne können wir heute zu Lützbüch auch sagen, erfanden, ob wir nicht eine ganz neue Welt von dort aufbauen. Ich meine, die Universität wird nun, wenn sie bis auf Pellwall installiert. Das ist dann am Vong. Da wurde früher Schmelze gedämpft und die Universität ihre Aufgabe aufgab, um eine ganze Region auf den Vordermann zu bringen. Das ist eine große Implantation auf dem dorten Sitz. Das ist sehr symbolisch. Das ist für die Universität eine Daseinsberechtigung, gerade da, wo der Ursprung des Reichstums von unserem Land war. Die Universität erfunden hat als Inspiration für viele neue Währer, die die Universität wird erschließen, auch wichtig ist. Sp documentaries undimentation für www.sd.at Untertitelung des ZDF, 2020